Der Volksstaat, Organ der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der internationalen Gewerksgenossenschaften war eine sozialdemokratische Zeitschrift und Parteiorgan der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Sie erschien vom 1. Oktober 1869 bis 29. September 1876. Redakteur war Wilhelm Liebknecht in Leipzig. Die Beilage der Volksstaat Erzähler erschien vom 7. Dezember 1873 bis 19. Dezember 1875. Auch Karl Marx und Friedrich Engels arbeiteten an dieser Zeitung mit. Im Leipziger Hochverratsprozess vom 11. bis 26. März 1872 waren Wilhelm Liebknecht, August Bebel und Adolf Heppner angeklagt. Liebknecht und Bebel wurden verurteilt, Heppner freigesprochen. Heppner war so unschuldig wie ein neugeborenes Kind, wie Bebel vermerkte. Reprint. Der Volksstaat. 8b.de. Mit Einleitung und Bibliografie von Marx und Engels im Volksstaat von Erich Kundel, Berlin. Zentralantiquariat der DDR, Leipzig 1973-3388s. nicht mehr anschließend nur an Wang Engels. Nicht mehrmals zum shootings ausprobiert,inci enorm West-59 Asian geämpft werden. OOOOOOOOOK